Ein Mann, der zwei Affen hält. Eigenartiges Stück. Ich werde das alles wieder abschreiben, damit ich es besser studieren kann. Ich erkenne die klare Keilschrift definitiv wieder. Ich muss den Text entziffern. Vielen Dank für's Zuschauen! Untertitelung. BR 2018 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 Da ist, wonach ich gesucht habe. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, ich habe es richtig abgemessen. So, ich habe es richtig abgemessen. 17,2 Zentimeter. All das weist sicher eine Verbindung zu den Büchern auf, die im Lesesaal stehen. Elemente, ich habe es richtig abgemessen, ich habe es richtig abgemessen. Leopard, ich habe es richtig abgemessen. LeUDEPρα, das und ich habe es richtig abgemessen. Le江, das ist wie ein Kind, 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 wie ein quasi ein Tier. das erhält ein koala das tier hält ein stück papier zwischen seinen pfoten da ist etwas drin da ist da 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020